Ach, das liebe ich, wenn das dir reinkommt. Schau, die Banane. Bruno Banani. Aber wie geht das denn nochmal für diese Frau mit dieser Trommel? Irgendwas Omo Bonani? Ach, keine Ahnung. So ein richtiger Wow, der nie wieder aus dem Kopf geht. Sali Bonani. Warum haut er das rein? Genau das meinte ich, das Lied. Sali Bonani. Alter, wow, das kam direkt. Der hat das einfach donated, in dem Moment, wo ich das gesagt habe. Warte mal. Warte mal, das muss man anders machen. So machen wir das. Kuss, Digga. Einfach nur Kuss, Digga. 107 Euro. Oh, da war ich gute Musik. Da war ich gute Musik. Wo ist sie? Zehntausender. Nein, ich habe meine Musik kaputt gemacht. Nein. Nein, nicht. Ich habe leider keine bessere Musik gerade. Noch eine, komm. Ey, Bruder, jetzt gönn doch. Ich habe heute Glück meines Lebens. Wie lange ist das her, dass ich mal 10.000 Dollar bekommen habe? Guck. Und mein erstes Rummel los heute? Alter, ich habe ja heute Glück. Der Tag heute kann ja nicht besser werden. Ist das dein Auto? Oder ist das irgendeinem alten Ober geklaut? Oder ist das mein Auto, Alter? Ist vergoldet. Guck mal hier, mit sogar Kennzeichen. Ja, mein Vater fährt sowas. Da steht Kurti dann drauf. Was? Ja. Und dein Vater fährt sowas? Ja, mein Vater fährt sowas. Nur in, ich glaube in Rot. Das ist der kleine Kurti. Ne, das hat mir Kami geschenkt. Kurti? Kami? Ja, ja, weißt du doch. Ach, zeig dir schon ein Pärchen. Wusste ich gar nicht. Bruder, dieses Gesicht, Alter. Was geht, Bruder? Mal lange nicht gesehen. Dass man das nochmal hier sieht. Das ist unser kleiner Pumuckl. Unsere kleine Chilischote ist da. Ed Sheeran? Ja. Unsere kleine Ed Sheeran. Hab ich was verpasst? Mein Lieblingssatz. In der ganzen Nation. Wenn du bei YouTube schön zurückspulen kannst. Hab ich was verpasst? Er weiß doch ganz genau, was er verpasst hat. Hab ich was verpasst? Spul zurück. Es gibt der Zeug, Spul vorgezuhauen. Hey, Macarena. Ui, guck mal, ja, Memo. Was haben sie sich dabei gedacht, den so zu lackieren? Hoppala, ich hab mich um einen vergesenkt. Bitte? Ich verstehe das nicht. Warum lackieren sie den so hässlich? Ein Grün. Olli, weg da. Unglaublich. Ich finde das nicht so hässlich. Aber werden die Felgen auch schon... Nee, ich mache nur Spaß. Das ist aus dem Film. Was kann ich denn für Sie tun, damit wir die Geisel in den Hall rausbekommen und sie auch in den Hall rausbekommen? Ein Big Mac-Menü und eine Cola, bitte. Nein! Oh, ne? Krankenhaus, nein! Was? Was? Das Raunschiff? Chef hat sich überschauen. Ich werde überschauen. Äh. Was? Bruder Chef hat sich alles raus. Ja, ja. Aua. Oh, denn. Oh, denn. Au, je. Oh, 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 je. Wenn ich das Ding anschieße, geht das ja nicht in die Luft? Sag ihm, wer soll die Dame einfach nur für die Optik? Nein, 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 nein. Nee, nee, das geht ja nicht in die Luft. Wenn man es nur einmal anschießt, dann flemmelt es nur. Ja, okay. Ja, aber weint, ich habe nichts gesagt. Es ist flemmelt. Ihr warnt sich, wir warnt sich, das war schon so. Oh, 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 das war schon so. Ich schwöre, ich dachte, es flemmelt nur. Ich wurde besser belehrt. Habt ihr Schiss, oder was? Nee, lass das mal, lass das mal. Das ist, es beruhigt sich. Hat jemand einen Feuerlöscher dabei? Nein. Ja, geh bitte hin und lösche. Ich habe Benzinkalister dabei. Probier mal das mal. Weiße Auto, ist das nicht das Körperauto, oder? Ja. Oh, scheiße. Pass auf, es flammelt. Pass auf, warum gehst du so nah rein? Warum springst du in die Flamme? Was machst du? Ich springt auch in das Feuer. Was machst du? Au, au. Was macht ihr denn? Nicht ins Feuer, geht weg. Geht weg da. Ja, bitte nie. Lass doch ein Auto ins Frieden. Es beruhigt sich, ihr müsst nichts machen. Einfach warten. Leute, es beruhigt sich ja alles. Dann bin ich da eingestiegen. Dein Gang. Drei Leute habe ich geholt. Noch mehr. Nice, nice. Wir probieren die Flächen zu überholen. Wir müssen zum Runden. Von außen rumlaufen. Drei Leute habe ich geholt. In dem Konferenzraum. Komm, wir brauchen Leute beim Konferenzraum unten. Schnell, schnell, schnell. Komm, wir haben jetzt doch Leute im rechten Flügel. Da drin ist einer. Ich dachte, ich kann da mal in der Meldung. Schnell, hoch. Habt ihr den im Konferenzraum? Zweite Dörer. Kann einer hochkommen zu mir, ist der Geisel? Ach, scheiße. Vielleicht wieder. Jetzt hast du den Armband in der Meldung. Das ist komisch. Freiheit. Freiheit. Was ist denn, Arme, Herr Polizist? In Ruhe, da hat er nichts getan. Wenn ich du wäre, würde ich meine verpassen, Bruder. Komm, du hast den Tank, ey. Hau bitte eine rein. Nein. Nein. Oh, nicht doch. Oh, das gibt jetzt. Oh, das gibt Probleme. Ui. Macht er nicht ernsthaft. Nein. Das hast du gerade gemacht. Warum macht er so? Was macht er denn? Wie macht er denn das? Ja, ist der Einzel. Ja, easy. Gewonnen. Hä? Was hast du denn gerade gemacht? Gewonnen. Bist du Immortal oder was? Oh, es blinkt. Sag mal, spinnst du? Weißt du, wie? Kommt. Fragegisini. Wie? 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 heed Ming? Wie?